herzlich willkommen zu headman codename 47 mission 7 das da ist unser endgegner und das ist das letzte dschungel level wir hoffen wir dass das jetzt alles funktioniert es ist bei mir nicht die erste aufnahme von diesem level immer geht irgendeine kleinigkeit schief und ihr seht ihr jetzt den grund warum der schauschützen die wir mitgenommen haben da sitzt unser hauptgegner und den müssen wir es gut treffen dann lassen wir das gewählte liegen dann nehmen wir die rüstung mit kollegen alle waffen weg falls wir sind handhaben und verschwinden besser müsst ihr noch dabei haben als nicht könnt ihr hier noch eins mitnehmen ihr werdet es auf jeden fall brauchen müssen wir einmal um die ganze basis rumrennen wir müssen aufpassen dass wenig zu viel lärm veranstalten zu den problemen ist weil das haus so gleich rein müssen da ist massig was los ich habe nämlich ein großes problem ich weiß nicht auf welchem schläftigkeitsgrad ich derzeit bin weil ich habe mal die save games von mir verwendet und ich gehe mal davon aus dass es nicht leicht ist ich habe es mal auf leicht mittel und schwer gespielt vor jahren und es ist einfach ziemlich schwer dieses level insofern gehe ich mal davon aus dass das hier nicht easy ist dafür das replay wurde easy lang waffe weg so müssen den jetzt ja mal ausschalten wir die tür gleich brauchen so wir haben hier oben eine schell gedämpfte pistole das hat natürlich vorteile wenn wir jetzt mal weg würde wir haben wir gerade echt ein problem und der seite ist es sowieso gerade hoch ich nehme mal ganz kurz um klein um dich ich möchte einfach nochmal sicher gehen es ist sicherlich auch anders möglich aber ich habe jetzt so viele probleme kann weil hier immer wieder irgendwelche idioten von den npcs probleme gemacht haben so und wir werden uns jetzt mal schlussbereit machen wenn dann sie sich immer angucken würde so habe ich ja mit klamotten getauscht und ich hoffe mal dass es damit okay ist so hat noch einen brief mit die könnte man jetzt auch noch lesen so freie hände und jetzt haben wir möglichst wenig kollateralschaden beursacht ich hoffe jetzt mal wir haben die hände frei dass wir jetzt keine probleme haben werden da unten rein zu kommen wir müssen jetzt doch hier in den bunker wir müssen doch ganz kurz was gucken ja er nimmt auf wir müssen hier in den bunker und die bombe legen so sehr schön jetzt machen wir eine bombe so machen wir kurz freie hände ich verschwinde jetzt hier bevor die jetzt wütend werden wenn wir jetzt nochmal hingehen würden würde der anfangen zu schießen er hat uns das gesagt so jetzt rennen wir zum ausgangspunkt also wo wir halt verschwinden sollen wir müssen gleich wieder an dem haus da hinten vorbei so bis jetzt sind wir unentdeckt und ich hoffe mal dass das jetzt so bleibt wie gesagt das ist eines der schwierigsten level und ich hoffe mal dass wir jetzt hier rauskommen nicht so in dem level ok also das spiel ist jetzt abgestürzt aber so in etwa funktioniert dieses level ich hasse diese fehler und glitches sorry es tut mir wirklich leid also so würde das level funktionieren ihr rennt zum flugzeug zündet die bombe und würdet dann eben halt aus diesem level verschwinden es ist es kann jetzt sein ich habe windows 7 64 bit dass es daran liegt ich habe mit diesem spiel wirklich meine probleme und ich kann da schon verstehen dass einige hier einige andere let's player denn inzwischen auch schon sagen oh so ein kack mit älteren spielen es tut mir leid aber so in etwa funktioniert dieses level ihr habt es gesehen wie wir rein sind wie wir die bombe platziert haben wie wir zum hangar gelaufen sind und damit ist das ende äh ist das level zu ende so sorry nochmal es geht nicht anders ich habe jetzt einen absturz sorry aber so funktioniert das level und ihr habt es gesehen es muss lang bis dann und nach schnitzel